Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo Martin, vielen Dank. Also, mein Name ist Mauri Fischbein. Ich bin Mitbegründer und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft 60 Plus der Piratenpartei und mitverantwortlich für die Entwicklung des Rentenprogramms der Piraten. Sie fragen sich jetzt sicher, was wollen denn die Piraten mit der Rente? Die interessieren sich doch nur für das Internet. Aber glauben Sie mir, meine Damen und Herren, wir haben eine Menge damit zu tun. Denn auch unsere Mitglieder und unsere Wähler sind Menschen aus Fleisch und Blut und bestehen nicht nur aus Bits und Bytes. Und auch die wünschen sich im Rentenalter eine gesicherte Versorgung und keine ungesicherte Zukunft. Meine Damen und Herren, betrachten Sie doch mal, was unsere etablierten Parteien in den letzten zehn Jahren aus der Rente gemacht haben. Sind Sie damit zufrieden? Ich bin es nicht, meine Damen und Herren. Denn diese Damen, denn diese Herrschaften haben es nicht geschafft, ein zukunftsfähiges Rentenmodell für das 21. Jahrhundert auf die Füße zu stellen. Nein, stattdessen wird ständig an der Rente rumgedoktert und gedacht wird nur an die nächste Wahl. Und gedacht wird nur an die nächste Wahl. Und was passiert dann? Nichts. Oder es wird alles schlimmer und vor allem wird es unverständlicher. Wer von Ihnen weiß denn, wie die Rente berechnet wird? Mit Ihren Entgeltpunkten und Beitragszeiten und Reduzierungen. Da heißt es dann, meine Damen und Herren, das ist eine komplizierte Formel, das ist zu kompliziert für euch. Das, meine Damen und Herren, ist mir zu wenig. Ich will mich nicht weiter für dumm verkaufen lassen und Sie sicher auch nicht. Lassen Sie mich ein Beispiel machen. Im Jahre 1986 hat unser damaliger Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm vollkundig verkündet, die Rente ist sicher. Dabei weiß man heute eines sicher. Die Rente wird immer weniger. Für das Jahr 2018 rechnen wir mit einem Rentenniveau von 43%. Damit, meine Damen und Herren, können viele Rentner nicht über die Runden kommen. Lassen Sie uns über dieses Horrorszenario im Moment nicht weiter nachdenken, sondern lassen Sie uns darauf zurückkommen, was wir Piraten am derzeitigen Rentensystem verbessern wollen. An was krankt denn das derzeitige Rentensystem? Es krankt vor allen Dingen an der Perspektive. Meine Generation ist davon noch nicht so extrem betroffen. Aber die nächste Generation und deren Kinder wird diese Problematik deutlich zu spüren bekommen. Denen wird heute gesagt, du musst länger arbeiten und noch dazu bekommst du weniger. Auf die solidarische Rentenversorgung kannst du dich nicht mehr verlassen. Deshalb musst du privat vorsorgen. Das wagen die zu sagen, in einer Zeit, wo rauskommt, dass mit Riester und Rürup sich nur die Banken und Versicherungen in die Taschen füllen und der zukünftige Rentner die Arschkarte hat. Das, liebe Wählerinnen und Wähler, sind keine Perspektiven für künftige Generationen. Das lief schon mal dramatisch schief, als die Rente ursprünglich eingeführt wurde. Ein kleiner Exkurs in die Vergangenheit. 1889 hat der damalige Reichskanzler Otto von Bismarck die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland eingeführt. Das war für Europa eine Revolution. Er hat es aber auch sehr geschickt gemacht. Das Eintrittsalter für die Rente wurde auf sage und schreibe 70 Jahre festgelegt. Die durchschnittliche Lebenserwartung allerdings betrug nur 40 Jahre. Das war wirklich geschickt. Denn Sie können sich selber ausrechnen, wie viele Menschen überhaupt in die Genuss einer Altersrente kommen konnten. Der zweite Trick. Jeder bekommt nur das ausgezahlt, was er auch eingezahlt hat. Natürlich inklusive Zinsen. Das, meine Damen und Herren, nennt man auf Neudeutsch kapitalgedeckte Rente. Und damit sind wir schon wieder bei Riester, Rürup und allen Produkten, die uns Banken und Versicherungen gerne als sichere Anlageform für das Alter andrehen wollen. Denn was ist denn mit dem Geld passiert, das die Leute unter Bismarck in die Rentenkasse eingezahlt haben? Der Anspruch auf die Rente ist zwar entstanden, und zwar wenn man 40 Jahre lang eingezahlt hat. Aber dazwischen kam die Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren und in Deutschland eine Hyperinflation, wo man in der Spitze mit einer Schubkarre voll Geld gerade mal ein Stück Brot einkaufen konnte. Und die Rentenansprüche, die so sicheren, die waren sicher. Aber was gab es denn noch dafür, meine Damen und Herren? Nicht mehr viel. Und zu so einem System wollen wir heute zurückkommen? Das, meine Damen und Herren, ist keine Perspektive für das Rentensystem in Deutschland. Denn wer garantiert uns denn, dass es mit diesen angesparten Geldern außerhalb des Rentensystems nicht genauso geht wie unseren Vorfahren mit ihren angesparten Geldern? Ein ganz konkretes Beispiel, meine Damen und Herren, hat sicher jeder bei Ihnen in der Familie. Die sogenannte sicherste Anlageform der Deutschen in den letzten Jahrzehnten, die Kapitallebensversicherung. Uns wurde immer versichert, man kann sein Geld gar nicht besser und sicherer anlegen. Und die Gewinnprognosen der Versicherungsvertreter über 25 oder 30 Jahre, die haben auf dem Papier ja wirklich gut ausgeschaut. Und die deutlich niedrigere, die garantierte Auszahlung, die wurde eher ein bisschen verschwiegen. Und natürlich war das Ganze auch noch steuerfrei. Und wir Deutschen sind immer gern für Sachen, die steuerfrei sind. Wer sich also auf diese prognostizierten Auszahlungen für seine Altersversorgung verlassen hat, meine Damen und Herren, der schaut heute aber richtig alt aus. Da stimmt nichts mehr. Und warum, meine Damen und Herren, stimmt das nicht mehr? Weil die Banken und die Versicherungen durch ihre Spekulationen uns in eine Finanzkrise gestürzt haben, aus der wir sie jetzt mit unserem Geld billig retten und sie sagen, wegen den niedrigen Zinsen können sie keine Rendite mehr für die Lebensversicherung erwirtschaften. Aber vergessen wir mal die Kapitallebensversicherung. Die will keiner mehr. Die ist tot, denn sie ist nicht mehr steuerfrei. Jetzt gibt es aber was Neues, meine Damen und Herren. Letzte Woche habe ich gelesen, die Allianzversicherung bietet jetzt eine Versicherung an, eine Kapitallebensversicherung, ganz ohne Garantiezins. Eine wirkliche Innovation, ein ganz tolles Produkt, meine Damen und Herren. Ein wirklicher Witz. Aber was ist denn eigentlich passiert? Im Jahre 2005 wurde die Steuerfreiheit der Kapitallebensversicherung abgeschafft. Angeblich deswegen, weil die Banken benachteiligt wurden und gegen diese Ungleichbehandlung sich gewehrt haben. 2004 wurde deshalb eine neue Rentenformel eingeführt und das zukünftige Rentenniveau gesenkt. Und im Gegenzug wurde Riester und Rürup eingeführt, um die private Vorsorge zu stärken. Was für ein Zufall. Denn jetzt hatten nicht nur Versicherungen ein neues Geschäftsfeld, sondern jetzt konnten auch die Banken ihre Leute losjagen und kräftig neue Verträge abschließen und Provisionen einsacken. Was macht denn der Herr Riester heute, nachdem er uns dieses alles eingebrockt hat, meine Damen und Herren? Der Herr Riester ist im Aufsichtsrat des Finanzdienstleisters Union Asset Management Holding und pflegt gemeinsam mit dem Herrn Rürup laut Transparency International beste Kontakte zum Finanzdienstleister AWD. WD, der hierbei Böses denkt. Lassen Sie uns gemeinsam jetzt die Aussichten für unsere jüngere Generation blicken. Das klassische Erwerbsleben, wie wir es kennen, existiert nicht mehr. Die Jungen werden nach ihrer Ausbildung von einem unbezahlten Praktikum zum anderen geschoben. Befristete Arbeitsverhältnisse mit allen ihren Auswüchsen sind nicht mehr die Ausnahme, sondern werden immer mehr zum Standard. Bald wird es, meine ich, mehr Zeitarbeitsplätze als reguläre Arbeitsplätze geben. Und wenn es sie dann schon gibt, meine Damen und Herren, dann müssen sie auch anständig bezahlt werden. In Frankreich verdient ein Zeitarbeiter nicht nur genauso viel wie sein festangestellter Kollege, sondern er verdient sogar noch 10% mehr. Davon können wir hier nur träumen. Welche Perspektive bieten wir denn eine im Niedriglohnsektor, der den ganzen Tag sich für ein paar Euro 50 in den Arsch aufreißt? Was hat denn der für eine Zukunft, eine Rentenzukunft? Sollen wir dem sagen, komm, arbeite dich krumm, bis du 70 bist, weil das wird dann sein zukünftiges Renteneintrittsalter sein, wenn es so weitergeht? Und dann darfst du für deine letzten Jahre auch noch betteln gehen, denn deine Rente wird nicht reichen. Nein, meine Damen und Herren, das hat mit Generationenvertrag und Generationengerechtigkeit nichts zu tun. Wir müssen den Jungen heute eine Perspektive bieten, sonst dürfen wir uns nicht wundern, wenn sie keinen Bock haben, für die Renten der Alten zu sorgen. Wir hier in Deutschland haben doch noch Glück. Wir haben aktuell eine Jugendarbeitslosigkeit von 7,5 Prozent. Aber schauen Sie doch mal in unsere Nachbarländer, in die südlichen Nachbarländer. Dort liegt die Arbeitslosenquote bei den Jugendlichen teilweise schon bei über 50 Prozent. Das, meine Damen und Herren, ist sozialer Sprengstoff. Wie lange glauben Sie denn, lassen Sie sich das denn noch gefallen? Wenn ich heute in meinem Stimmkreis mit jungen Leuten über dieses Thema spreche, dann höre ich immer öfter, ihr Alten, glaubt doch nicht im Ernst, dass wir euch durchfüttern werden. Hier, meine Damen und Herren, müssen wir etwas unternehmen, hier müssen wir gegensteuern. Wir müssen dafür sorgen, dass der Generationenvertrag wieder funktioniert. Und wie soll das gehen? Wir müssen für eine vernünftige Rentenreform das Rad nicht neu erfinden. Wir Piraten haben geforscht und zusammengetragen, wo es in Europa funktionierende und zukunftsfähige Modelle gibt und wie man diese auf Deutschland übertragen kann. Was brauchen wir denn wirklich am dringendsten, meine Damen und Herren? Wir brauchen wieder eine solidarische Rentenversicherung, die diesen Namen auch verdient. Und es kann nicht sein, dass sich etliche Gruppen unserer Gesellschaft aus dieser Verantwortung stehlen, meine Damen und Herren. Von wem spreche ich denn? Wer beteiligt sich denn nicht? An der solidarischen Rentenversorgung. Ein paar Beispiele. Rechtsanwälte, Ärzte, Selbstständige, natürlich auch Politiker und ganz wichtig, meine Damen und Herren, die Beamten. Vergleichen wir doch mal einen sogenannten Standardrentner mit einem Pensionär. Was ist denn ein Standardrentner, meine Damen und Herren? Ein Standardrentner ist jemand, der 45 Jahre seine Rentenbeiträge einzahlt und im Schnitt 30.000 Euro verdient. Aber, meine Damen und Herren, diesen Standardrentner, den gibt es nicht. Denn nur jeder Vierte von zehn Männern ist über diesen Zeitraum überhaupt arbeitsfähig. Und wenn es ihn dann doch gibt, dann erhielt er heute im Westen eine Rente von 1.224 Euro rechnerisch. Aber schauen wir uns doch mal wirklich die gezahlten Renten an. Dann erhalten die Männer im Schnitt 970 Euro. Und jetzt wird es wirklich dramatisch. Die Frauen erhalten 473 Euro monatlich im Schnitt Rente. Nehmen Sie Männer und Frauen zusammen, dann bleiben da 697 Rente im Monat. Und das, meine Damen und Herren, liegt knapp mal über Hartz IV. Und die Beamten? Nach einer Studie der Uni Freiburg liegt die Durchschnittspension bei den Beamten bei 2.500 Euro im Monat. Meine Damen und Herren, dieses System ist nicht gerecht und es ist auch nicht zukunftsfähig. Wir wollen, dass wir in vielen anderen europäischen Ländern hier alle solidarisch einzahlen. Alle. Ohne Ausnahme im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Auch die Beamten. Und wir wollen den Wegfall dieser leidigen Beitragsbemessungsgrenze. Ein Beispiel, was das ausmachen würde, meine Damen und Herren. Wer heute etwa 70.000 Euro verdient, zahlt bei einem Beitragssatz, jetzt rundgerechnet 20 Prozent, damit rechne ich mich leichter, 14.000 Euro Rentenbeitrag im Jahr in die Rentenkasse ein. Und dann, meine Damen und Herren, ist Schluss. Wenn diese Person im Jahr 100.000 verdient oder 200.000 Euro oder 300.000 Euro, dann bleibt dieser Jahresbeitrag in die Rentenkasse bei 14.000 Euro. Mir bleibt da die Luft weg, meine Damen und Herren. Denn das ist nicht fair, das ist nicht gerecht und diese Grenze muss deshalb weg. Wenn zum Beispiel ein Herr Ackermann in der Schweiz 10 Millionen verdient, dann hat er bei einem Beitragssatz von 20 Prozent einen Rentenbeitrag von 2 Millionen. Und das ist fair, meine Damen und Herren. Und das ist gerecht, denn starke Schultern können diese Lasten auch tragen. Können wir denn auch das, was uns unser kleiner Nachbar seit Jahrzehnten vormacht, ein solidarisches Steuersystem, an dem sich alle Menschen beteiligen und aus dem jeder Leistungen beziehen wird? Wir Piraten sagen ja, wir können das und das Piratenprogramm entspricht dem. Wir Piraten fordern eine Mindestrente für jeden Rentner, die eine sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Wir fordern eine Umgestaltung des Rentensystems in der Art, dass zukünftige Rentner wieder von einer sicheren Rente im Alter ausgehen können. Und wir fordern, dass die Einnahmebasis verbreitert wird und die Stärkeren sich angemessen mit Beiträgen an der Rentenversicherung beteiligen. Jetzt werden Sie sagen, wie soll denn das gehen? Ich sage Ihnen, wie das geht, meine Damen und Herren. alle bestehenden Rentensysteme, die berufsständischen Versorgungssysteme hier in Deutschland und die Pensionen im öffentlichen Dienst werden zu einer Rentenkasse zusammengeführt. Alle steuerpflichtigen Einkommen und Kapitalerträge werden zur Zahlung von Rentenbeiträgen verpflichtet. Ich spreche hier von den Mieteinnahmen und den Zinsen, meine Damen und Herren. Keine Berufsgruppe wird ausgenommen und die Beitragsbemessungsgrenze soll entfallen. In die Rentenkasse zahlen alle in Deutschland lebenden Menschen einkommensabhängig ein. Und wir sorgen natürlich auch für die Selbstständigen. Die Beiträge von Selbstständigen werden sich an ihren jeweiligen Unternehmenszahlen orientieren, so dass diese nicht in ihrer Existenz gefährdet werden. Die zukünftigen Rentenbezüge für die Rentner werden sich in einem Korridor bewegen von einer Mindestrente, die für ein würdiges Leben reicht, bis zu einer Maximalrente für die, die mehr einbringen. Und die Renten werden jährlich um einen Faktor angepasst, der die Inflationsrate und weitere zusätzliche Kosten berücksichtigt. Und ganz wichtig, die staatliche Rentenkasse verweilt sich eigenverantwortlich ohne direkten Zugriff durch den Staat. Der Staat schafft nur den gesetzlichen Rahmen. Und die Rentenkasse ist für die Rente zweckgebunden. Das, meine Damen und Herren, ist das Programm der Piraten für eine zukunftsfähige Rentenreform. Mit Ihrer Stimme für uns Piraten sorgen Sie dafür, dass wir dieses Thema vorantreiben können. Deshalb, meine Damen und Herren, wählen Sie am 15. September und am 22. September uns Piraten. Vielen Dank. Dankeschön, lieber Mauri.